Arbeitsminister Martin Kocher schlägt Kürzungen von Sozialleistungen bei Teilzeitarbeit vor, um Vollzeitjobs zu stärken. Dies hat umgehend zu breiter Kritik geführt. Vorerst skeptisch zeigt sich auch das WIFO. Zum Mittag präzisiert Kocher dann seine Aussagen. Es geht nicht um Kürzungen von Sozialleistungen, sondern darum, bei neuen Maßnahmen Änderungen und Reformen den Teilzeitaspekt stärker zu berücksichtigen. Kabarettist Lukas Resetaritz reagiert mit scharfer Kritik auf Kochers Vorstoß zu möglichen Sozialkürzungen. Er schreibt, Minister Nosferatu Kocher, die hässliche Fratze des Neoliberalismus, hat neue Ideen. Teilzeitarbeitende Menschen dürfen nur teilzeitkrank sein, teilzeitverhungern und können dann teilzeitsterben. Doch der 75-Jährige wird noch deftiger. Möge ihn der Teufel holen. Apache Kocher. So der Schauspielstar und fügt einen sich übergebenden Emoji an.